Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Quick Review hier auf meinem Kanal. Heute haben wir dieses Schätzchen hier. Und das ist eine neue Mascara von L'Oreal, die Pro XXL Lift Mascara mit zwei verschiedenen Bürstchen. Und die werden wir heute testen. Ihr wisst, dass ich ja so ein bisschen schaue, dass ich Content, den ich nicht in ein ganzes Video packen möchte, was 20 Minuten geht, in kürzeren, kompakteren Videos für euch verpacke. Einfach, weil ich weiß, dass ihr euch interessiert für Produktneuheiten und es so viele Neuheiten gibt, dass ich wahrscheinlich gar nicht mit drei Videos die Woche auskommen würde. Deswegen schauen wir, was dieses Schätzchen heute können soll. Das ist eine neue Mascara von L'Oreal, die es in drei verschiedenen Versionen wohl gab. Ich fand die aber am ansprechendsten und ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was die können soll. Die Mascara kostet 13,95 Euro, ist bei DM verfügbar und hat zwei verschiedene Bürstchen. Schritt Nummer eins, was hier auch mit drauf steht, soll für maximales Volumen sorgen. Und Schritt Nummer zwei für 20 Grad mehr Schwung. Persönliche Einschätzung von mir, ich bin nicht der größte Freund von so vielen Schichten Mascara, weil ich diesen klassischen Mascara-Look nicht mag. Ich bevorzuge Mascara persönlich, die so ein bisschen feiner ist, die nicht so viel Dicke gibt, sondern einfach nur meine Wimpern ein bisschen dunkler und ein bisschen länger macht. Nichtsdestotrotz will ich aber heute bewerten, wie sie hält, wie sie aussieht und wie sie über den Tag performt. Die Pro XXL Lift Mascara von L'Oreal verleiht in zwei Schritten Volumen und ein schwungvolles Lifting der Wimpern. Für einen sichtbaren Wimpern-Lifting-Effekt und Ergebnisse wie aus dem Salon. Schritt eins, Volumen durch die Formel mit Prokeratin, Schritt zwei, Lift und Schwung für einen Wimpern-Lifting-Effekt. Man soll verschiedene Schritte durchlaufen und Tatsache ist auch das Bild, das Werbebild von dem Model recht intensiv. Das Vorher-Nachher-Ergebnis, ich blende es euch hier einmal an der Seite ein, das ist schon krass. Ich traue diesen Vorher-Nachher-Bildern immer nicht ganz so, aber dafür bin ich da, um das Ganze herauszufinden. Wie immer, um fair zu sein, curle ich einmal meine Lashes. Das mache ich eigentlich immer, außer ich vergesse es. Und mein Wimpern-Lifting ist mittlerweile auch wieder weg. Das heißt, also auch da haben wir keine Beeinflussung des Ergebnisses. In der Produktbeschreibung oder in den Verwendungshinweisungen steht jetzt nicht drin, dass man dazwischen viel Zeit lassen soll. Ihr seht hier einmal das Vorher-Ergebnis und ich hole euch näher ran. Ich zeige euch auch selbstverständlich nochmal das Bürstchen. Das erste Bürstchen bei Schritt eins ist ein sehr gerades Bürstchen. Das geht so ein bisschen konisch nach oben und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Das ist Tatsache die erste Schicht mit Schritt Nummer eins. Mir persönlich würde das schon reichen. Ich glaube, ihr könnt ein ganz gutes Ergebnis sehen. Ich habe ein bisschen geschmiert oben. Das mache ich aber gleich weg. Sehr schöne, lange Wimpern. Unten lasse ich es jetzt erstmal frei. Würde mir persönlich für den Alltag auf jeden Fall schon ausreichen. Das Ganze ist einmal kurz angetrocknet und ich gehe jetzt mit der zweiten Bürste einmal lang. Die ist so ein bisschen abgerundet und die soll uns jetzt 20% mehr Schwung geben. Auch hier gehe ich jetzt einfach durch. Es hat hier Tatsache wirklich gut Schwung in die Mitte gegeben. Aber es ist genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe, wenn ich ein Stück nach oben gucke, dass die Wimpern sehr, sehr dick jetzt sind, dadurch, dass ich zwei Schichten benutzt habe oder drei. Deswegen gehe ich jetzt mit einem sauberen Spoolie einfach nochmal durch, um die Wimpern wieder so ein bisschen voneinander zu trennen. Und dann habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Wenn ihr mit Mascara geschmiert habt, dann lasst sie wirklich antrocknen. Und dann könnt ihr mit einem sauberen Spoolie einfach so ein bisschen über die Stellen gehen, wo ihr geschmiert habt, ohne dass ihr alles kaputt macht. First Impression, das ist schon eine Menge Wimpern. Also, das ist sehr, sehr intensiv. Tiefschwarz, mattes Schwarz, kein schimmerndes Schwarz, was es ja auch oft bei Mascaren gibt. Gut, ich bin ehrlich, mir hätte die erste Schicht, glaube ich, definitiv gereicht. Auf der anderen Seite glaube ich, und das finde ich vielleicht gar nicht schlecht, fällt mir gerade ein, wenn ihr auch eher so einen einfacheren Wimpernaufschlag haben wollt, jetzt nicht so dicke, nicht so intensive Lashes, sondern wirklich einfach nur schöne, schwarze, definierte Lashes, dann habt ihr hier im Prinzip zwei Mascaren für den Preis von einer L'Oreal Mascara. Da sind auf jeder Seite sechs bis sieben Milliliter drin, auf der ein bisschen weniger, auf der anderen ein bisschen mehr, je nach Größe des Bürstchens. Und da habe ich gerade gedacht, okay, ich bin großer Fan davon zu sagen, nimm eine Mascara und nach zwei Monaten, drei Monaten, hör auf sie zu benutzen und nimm eine neue. Wenn du hier ein Monat oder wenn du hier drei Monate lang Nummer eins benutzt und dann in den nächsten drei Monaten die andere Seite benutzt, hast du sechs Monate lang eine Mascara, wenn du nicht beides immer benutzt. Man muss sich dann, glaube ich, so ein bisschen konzentrieren, aber das vielleicht nochmal so ein bisschen als Gedankenanstoß. Es sieht nett aus, es ist sehr, sehr intensiv, wenn ich ganz nah mit dem Spiegel rangehe, in der Kamera sieht es aber auch gut aus. Ich bin gespannt, wie das Ganze in den nächsten Stunden performen wird. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Ich nehme euch mit, wir haben einen langen Tag vor uns. Bis gleich. Ihr bekommt mal ein kleines Update von mir und zwar, es ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 12.43 Uhr. Ich habe die Mascara jetzt schon ein paar Stunden drauf und ich muss sagen, was mir direkt jetzt auffällt, wenn ich raufschaue, ist, dass der Schwung, also dieser leichte Bogen nach oben, immer noch da ist. Das habe ich selten bei Mascaren, weil meine Wimpern immer recht stark nach unten gehen. Hier ist der Schwung aber immer noch da. Wenn ich gerade in die Kamera schaue, seht ihr einzelne Haare. Das bedeutet, dass der Schwung da ist. First Impression, sehr, sehr gut. Es hat bis jetzt nichts gebröckelt. Es ist auch, wenn ich es anfasse, trocken. Also, na klar, nach den Stunden sollte das auch soweit sein. Aber der erste Eindruck gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt einen Call und muss jetzt gleich in die Stadt zu ein paar Meetings. Also, ich bin jetzt bestimmt noch mal drei, vier Stunden unterwegs. Das könnte ein Härtetest werden. Mit Maske und Mascara und Meetings und Aufregung und Essen und draußen sein. Das ist ein Härtetest. Wir sehen uns gleich wieder. Was für ein langer Tag. Mittlerweile, Freunde, ist es 17.48 Uhr. Ich hatte einen sehr, sehr, sehr langen Tag, aber ich bin ein bisschen schock. Nach meinem ersten Eindruck von, uh, ist mir ein bisschen viel, kann ich jetzt nach 12 Stunden sind es ja fast, ja, sagen wir mal 10 Stunden, Pima Down, sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Ihr seht es immer noch, dass der Schwung immer noch da ist. Und das ist etwas, was ich recht selten bei Mascaren habe, egal ob High-End oder Drogerie. Ich mache mir eigentlich nicht so viel aus Mascaren, die, ähm, die schwarz sind und die so viele Claims haben, weil es bei mir oft meistens nicht funktioniert. Mein Ziel ist es gewesen, für euch eine schöne Mascara zu finden und ich habe heute auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also, ich werde das Ganze noch mal probieren, einzeln, ob das Ganze dann auch so hält. Das schreibe ich euch jetzt hier einmal rein. Ansonsten ist das aber eine gute Sache, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die nächsten drei Monate die eine Seite, die nächsten drei Monate die andere Seite benutzen. Man kann sie beide benutzen und man hat dann ein schönes Ergebnis, so wie es auf jeden Fall gefolgt ist. Eine klare Empfehlung von mir, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Ich werde sie auch definitiv weiter benutzen. Ich bin jetzt aber super gespannt, was ihr zu dieser Mascara sagt. Schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare und lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.